Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch den Soundtrack von Matrix in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Soundtrack von Matrix, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Soundtrack. Ja, der Film Matrix ist schon etwas älter, aus dem Jahr 1999 und ein paar Jährchen später, 2016, kam dann diese limitierte Special Vinyl raus. Und zwar lesen wir hier oben auf dem Sticker Limited Edition Red Blue Pill Split Color LP. Das Cover ansonsten in schwarz gehalten. Hier unten lesen wir Matrix und dann haben wir hier das typische Bild von Matrix. Also hier diese Zahlen und diese Buchstaben und Zeichen, die hier von oben senkrecht runterlaufen. Musik composed by Don Davis. Also dieser Mann ist verantwortlich für den Soundtrack. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Und zwar haben wir hier eine Vinyl drin mit A und B Seite. In diesem Fall ist das hier beschriftet mit Side 1 und Side 2. Fünf Tracks auf der A Seite, fünf Tracks auf der B Seite. Bedeutet zehn insgesamt. Musik composed, orchestrated and conducted by Don Davis. Dann hier noch das klassische Bild aus Matrix. Also links Neo und rechts Agent Smith. Dann haben wir noch die ganzen beteiligten Credits und so weiter. Und hier dann auch noch einen Barcode. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Geöffnet habe ich das Ganze schon. Und dann haben wir hier die Vinyl. Die kommt hier in einer weißen Papierhülle. Ansonsten ist hier auch nichts weiter drin. Also kein Album, Downloadcode oder irgendwas. Und in dieser weißen Papierhülle haben wir keine reguläre schwarze Standardvinyl, sondern tatsächlich eine eingefärbte Vinyl, so eine Split-Vinyl. Also die eine Hälfte blau, die andere Hälfte rot. Hat ja zu tun mit dem Film. Also wer den Film gesehen hat, die blaue und die rote Pille, die spielen ja da eine entscheidende Rolle. Hier haben wir dann die Tracklist. Also das ist in diesem Fall Side 2, 5 Tracks. Und auf der Rückseite dann Side A oder Side 1 mit weiteren 5 Tracks. Also wie gesagt, 10 Tracks hier auf diesen beiden Seiten verteilt. Und ja, ansonsten lesen wir eben noch Original Motion Picture Score, Matrix, Don Davis und so weiter und so weiter. Gut, dann packen wir die Vinyl wieder zurück. Das weiße Papiercover hier ist auch noch mit Plastik innen ausgelegt. Also, dass die Vinyl hier noch besser geschützt ist. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die eben gezeigte Split-Vinyl hier in rot und blau, die kommt hier mit 10 Tracks in dieser weißen Papierhülle. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Der Soundtrack von Matrix. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Matrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.